Da drückt. Hallo, Entschuldigung, also ich möchte gerne... Nein, wir, wir, wir wollen wissen, wo der Rekorder für diesen Raum da ist. Ah, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was heißt, dass Sie wissen, wo er ist? Sie müssen doch wissen, wo er ist. Das müssen Sie doch wissen. Ich meine, Sie wissen doch... Wo immer es geht, reden Sie mit Marotti. Nein, 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 wir reden deshalb nicht mit Marotti. Bitte lass mich mit ihr reden. Na gut. Ja, äh, Senorita könnten Sie mir freundlicherweise sagen. Nein, aber warte, lass mich das lieber machen, ich erkläre das. Wir machen das nicht, wir besprechen gar nichts mit Marotti. Gar nichts, gar nichts. Das, 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 das Einzige, was wir wissen wollen, ist, wo sich der Rekorder für den Musiksaal befindet, sonst nichts. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sie wissen es nicht, ja, ich verstehe nicht, Sie müssen... Pablo! Hätte mich auch sehr gewollt. Hey, 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 Sie müssen es anpassen. Da wollen wir mal sehen, ich will einfach nur wissen, was... Es soll ja, Sie sollen nichts anpassen. Mit Marotti sprechen, legen Sie sich nichts anpassen. Ist das zu fest vertreten? Da ist kein Ding. Nein, da ist kein. Wo ist es? Ja, das sehe ich, ich sehe, das kannst du da. Aber Sie haben uns aufgenommen. Sie haben uns aufgenommen, aber ich habe das doch gerade eben gesehen, das ruft ja nicht an der Kamera. Das war sehr privat eben. Ich bitte Sie inständig, geben Sie es uns. Nein, bevor ich irgendetwas tue, rede ich mit Marotti. Ich meine, das hilft jetzt auch nicht. Es ist bestimmt schon auf das Portal hochgeladen worden. Meinst du nicht? Wie können Sie das dort hochladen? Nein, das glaube ich nicht. Wie kommst du darauf, Pablo? Sie haben ohne Skopel Violettas Aufnahmen hochgeladen. Warum also nicht unsere? Möchtest du wirklich? Ist doch egal, weißt du was? Mittlerweile werden es alle schon erfahren haben. Das war's also. Das war's dann eben. Hey, Angie, was hast du denn jetzt vor? Ich gehe. Ich muss das sofort Violetta sagen, bevor sie es auf noch schlimmere Art erfährt. Ganz ruhig, beruhige dich. Ich komme her. Pablo, warte. Nein, Pablo, nicht jetzt. Ich muss gehen. Beruhige dich. Das geht schon, danke. Es wird nichts passieren, Angela. Danke für alles. Ich gehe. Ich habe keine Zeit zu verlieren.